Ja, ich denke, wir wollen hier Matt setzen. Irgendwie Läufer weg und Turm. König kann aber hier hingehen. Wenn wir mit dem König hier hingehen, hat er immer einen Schach. Deswegen denke ich, dass König f7 der beste ist, damit ich den Läufer dazwischen ziehen kann. So. Ja, das lief ja gut. Die 50 schaffen wir. Die 50 schaffen wir. So. Schach. Schach. Schlägt. Nee, Schach. Turm zieht dazwischen. Das ist das Problem. Gibt es ein anderes Motiv? Schach. Bringt nichts. Der Läufer geht dazwischen. Der Schach bringt auch nichts. Der muss es eigentlich sein. Okay. Läufer e3, König g2. Ja, vor allem nach Dame besim kommt einfach Dame e4. Das bringt auch nichts. Ah. Läufer und dann nehme ich den Turm. König nimmt und dann Dame f8 und dann kann ich einsteigen. Ja. Ah, okay. Schach und. So. Das ist jetzt die Frage, wenn ich den Läufer nehme, kann er vielleicht durchlaufen, oder? Ich könnte noch einen Schach geben. König h4, g5, König h5. Aber da komme ich nicht weiter, ne? Vielleicht muss ich einfach den Läufer nehmen. Vielleicht muss ich einfach den Läufer nehmen, aber nach e7 habe ich König f7. Na, dann kommt Dame e7. Dann Dame f. Okay, Dame f8, f1, König, g5, h5 und dann Dame f8, oder was? Ernsthaft? Und er kann Dame e8 nicht verhindern. Aber was ist dann mit Dame f, Dame e4? Karpfen sagt, nimm ihn. Ich nehme den jetzt einfach. War falsch, nein! Baldfame hatte wahrscheinlich recht. Nee, das war vorher. Ah, ich bin auch. Ärgerlich. Das ist doch ärgerlich. Okay, nichts verloren. Kriegen wir alles hin. Dame schlägt. Droht Dame h7, droht Springer e7. Wir können auch so ein Karpfenchen hier irgendwo einblenden. Ja, Dame e4. Aber Läufer f5. Dame e4, Läufer f5. Okay, Springer e7. Springer e7. Das bringt auch nichts. Dame e4, Läufer f5, Dame schlägt, 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 schlägt und am Ende hängt f2. Äh, am Ende hängt c2. Dame schlägt, Läufer f5. Gibt es hier noch einen Trick? Zwischenschach. Ich habe immer einen Zwischenschach. Müsste stimmen. Jetzt schach. Und jetzt kann ich mir die Figur nehmen. Okay. Uh, das war knapp. Okay. König h5. Und was haben wir hier? Intuitiv. Erstmal b4, König dahin. Habe ich davon was? Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Läufer b4, König läuft raus, bringt auch nichts. A4, Dame b3, bringt auch nichts. Das heißt, b4, König a4. A4, b4, König a4, Springer b2, König a3, Springer c4, Dame c4, b5, das bringt alles nichts. Das bringt alles nichts. Oh, das muss wieder irgendwas Studienhaftes sein. Uh, Springer e5. Springer e5, Dame schlägt und dann b4. Wenn die Dame schlägt, dann haben wir da eine Gabel. Wenn der König schlägt, haben wir hier eine Gabel. Und dann gehen wir nur das Bauern ins Spiel. Und wenn der Springer hierhin geht, droht Springer c4. Die Dame muss ziehen, die Dame muss entweder nach da oder nach da. Dann habe ich aber, wenn die Dame hierhin geht, habe ich Springer c6 und Gabel. Und wenn die Dame oben hingeht, habe ich Springer c4 und Gabel. Ja. Wuh. Okay. König a1. Die sind echt nicht leicht hier. Die sind echt nicht leicht hier, die Aufgaben. König f1. Okay. Ist schon mal gut, dass der König nicht zurücklaufen kann. Natürlich erstmal das Schachgebot checken. Schlägt. Also Turm. Schlägt. Schlägt. König g2, einziger Zug. Turm f2. Wenn er dahin geht, ist matt. Wenn er dahin geht, ist matt. Muss dahin gehen. Und dann Dame h6 und Dame h5. Dame h5 geht nicht. Weil die Dame das Feld deckt. Das heißt nochmal, Turm f8, Läufer f8, Turm f8. König g2, Turm f2, König h3. Dame e6 könnte man noch machen. Nach g4 kommt wieder Dame e3 zurück, König h4 und Turm h2. Und die andere Variante war Turm f8, Läufer f8, Turm f8, König g2, Turm f2. König h3, König h3, Dame e6, König h4. Und jetzt müssen wir nur noch finden, wie wir hier matt setzen können. Dame. Achso. Turm h2. König g4. Da muss irgendwo matt sein hier. Dann mache ich irgendwie h5 oder so. Und nehme die Dame. Keine Ahnung. Stimmt schon. Zack, zack. Dame e6. Ja, und dann passt das. Was für eine DWZ hast du? Ich habe so ein bisschen mehr als 2,3. Ich dümpel leider seit ein paar Jahren auf 2,3 irgendwas rum. Ich hatte sieben Jahre lang ungefähr 2150. Habe dann aber nicht so richtig Schach gespielt. Aber ich kam dann immer, wenn ich gespielt habe in Mannschaftskämpfen, kam ich immer in eine schlechtere Stellung. Und dann habe ich ein halbes Jahr gesagt, okay, ich trainiere jetzt ein halbes Jahr richtig hart. Und dann hat man auch das Ergebnis gesehen. Ich habe ein halbes Jahr richtig, richtig viel trainiert. Und habe dann Sprung gemacht auf 2,3,50. Dann war ich irgendwie zufrieden und habe aufgehört zu trainieren. Und ja, deswegen habe ich seitdem mich auch nicht mehr verbessert. Das ist jetzt auch wieder 5 Jahre her. Und jetzt, letzte Woche nach meinem schlechten Turnier, habe ich mich motiviert und gesagt, okay, jetzt. Corona sieht schlimm aus. Lockdown steht bevor. Und ja, da muss ich wieder nächste Aktion machen. Ja, beim vierten Profil sieht man das ganz schön, dass einfach die Linie bei 2,1 die ganze Zeit so gerade war. Ja, ich trainiere noch ein halbes Jahr. Das ist mein Plan. Vor allem in Corona. Dann verpasst man auch nicht so viel. Und ja, mal gucken, wie lange ich es durchhalte. Okay, nur noch drei Aufgaben. Dann haben wir Ilja geknackt. Das kriegen wir noch hin. Turm F2. König geht weg. Schach. König geht weg. Schach. König geht weg. Schach. König geht weg. Dann kann ich nicht den Turm schlagen, weil eine Gabel kommt. Ich kann den nicht schlagen, weil ich dann matt bin. Ja, das muss der beste Zug sein. Jetzt könnte ich schlagen. Schlägt zurück. Aber ich frage, ob das so gut ist. Dann würde ich matt drohen und den Turm angreifen. Dann kommt der Turm dahin und dann könnte ich den König dahin ziehen. Und dann würde ich wieder... Nee, dann würde ich keinen matt drohen. Ja, Timo, ich bin auch schon ganz aufgeregt. Diesen Rekord muss ich mir schon gönnen. Nächste Woche wollte ich einen Stream machen mit Nico. Also nicht nächste Woche, irgendwann bald. Und dann wollten wir auch mal gucken, wie weit wir so kommen. Und jetzt fahrt euch mal rein. Es gibt Leute, die machen diese Aufgabe in unter 5 Minuten. Das ist richtig abgefahren. Okay. Noch ein Schach. König geht weg. Und noch ein Schach darf es dann nicht mehr sein. Weil dann... Weil dann geht einfach der Springer dazwischen. Aber ich glaube, ich muss jetzt schlagen. Turm schlägt. König D3. Turm D4. Dann kann ich den Bauern schlagen. Dann hängt der Turm. Und dann habe ich hier einen Schach und einen Matt auf der Grundreihe wahrscheinlich. Also ich glaube, jetzt schlagen. König D3. Schlagen. Sollte laufen. Ja, Timo, die gleiche Ausrede. Das sage ich mir auch immer. Wenn immer irgendwer besser ist im Schach als ich, dann sage ich, ja, die machen ja auch nichts anderes. Und fühlt man sich ein bisschen besser dabei. Also ich fühle mich besser dabei, wenn ich mir einreden kann. Wenn ich mehr trainiert hätte, dann wäre ich ein viel besserer Schachspieler gewesen. Alles Teil des Selbstbetrug-Schemas. Okay. Wir sind weiß. Wir laufen nach vorne. Der Turm droht da runter zu kommen. Deswegen vermute ich A7. Dann kommt aber der Läufer dahin. Also die Idee ist, mit A7 zu spielen. Dann kommt Turm A3 und dann kann ich D7 spielen. Dann kann er den nicht mehr aufhalten. Der Trick ist aber, dass nach dem Läufer G7 kommt. Läufer G2 kommt. Dann deckt er das Ganze ab. Wenn ich dann D7 mache, kommt Turm D3 und dann könnte ich Schach geben. Ne, das bringt nichts. Ich könnte zuerst Schach geben. Aber wenn ich Schach gebe, dann nimmt der Turm mit Schach. Das ist das Problem. Ja. Kann schon Springer F3 sein? Also ich vermute auch, dass es Springer F3 ist. Machen wir einfach mal. Nein! Machen wir einfach mal. Warum sage ich denn sowas? Jetzt muss ich die nächsten beiden einfach so lösen. Okay. Was sind wir? Wir sind weiß. Bauer läuft. Bauer läuft. Was passiert denn, wenn ich laufe? Oh, die sind zu kompliziert, die Aufgaben. Das nervt mich richtig. Wirklich, das nervt. Wie kompliziert die sind. B7. Läufer D6. Einziger Zug. Fällt mir nicht. Opfern. Turm schlägt. Und dann Turm B1. Weil dann kommt der Turm nicht rechtzeitig zurück. Er könnte D2 machen. Dann mache ich B7. Dann gibt er mit dem Turm Schach. Ich gehe mit dem König weg. Er läuft durch. Ich laufe durch mit Schach. Und wenn der König nach F6 geht, kann ich Dame B2 machen und den Turm gewinnen. Ich müsste eigentlich ganz viele Schachs haben. Wenn die Dame dazwischenzieht, tausche ich ab und gewinne den Turm. Das müsste eigentlich richtig sein. Wenn das jetzt falsch ist, dann bin ich traurig. Nein, es war B7. B7. Und dann nach Turm B5 kann ich Turm A5 machen. Ja, Benato hat es geschrieben. So knapp und doch so fern. Ja. Ja, sowas ist immer ärgerlich. Gucken wir mal, was wir falsch hatten. Ah, die Aufgabe. Ja. Schach. G5. Uh. Dame D3. Und dann kann man das Mag nicht mehr verhindern. Wow. Kann man verhindern, oder? Was ist denn hier mit Dame F3? Ah, Dame F3. Dame G6. König G4. H5. König H3. G5. Gewinnt die Dame. Wow. Okay. Was haben wir bei dem falsch gemacht? H7. Okay. Läufer B7. E7. Springer H3. Springer H3. Er kann den Bauern nicht nehmen. Okay. Und dann machen wir den. Ja. Und einen von beiden können wir schlagen. Mit Schach auch noch. Wow. Das ist aber echt abgefahren. Also da muss man sehen. Da muss man nämlich sehen, dass man den Läufer hier noch mit Schach schlägt. Weil sonst kann der Turm ja den Bauern schlagen. Und hat der König andere Felder? Dann kann er nicht wegen Schach und Turm weg. Und dann kann er nicht, weil wieder Turm weg. Fritzi und Timo haben eine kleine Freundschaft. Sehe ich. Okay. Was war der letzte Fehler? Den können wir uns noch angucken. Das ist wahrscheinlich echt B7 und dann Turm A5 gewesen. Ja. Ja. Den hätte ich noch machen können. Schade. Gut. Naja. So ist es manchmal. Nächstes Mal knacke ich die 50 auf jeden Fall. Elias Rekord muss ich auf jeden Fall knacken.